zusammen heute geht es mal wieder um ein video zum thema figürliches zeichnen aktskizze ganz schnell mit einem groben bleistift umgesetzt und vielleicht habt ihr aber auch lust porträt zu zeichnen dann schaut auch gerne in unser buch genial zeichnen porträt und hier geht es auch schon sofort los nach einem kleinen hinweis zu unserem instagram kanal wir machen wirklich ganz ganz eine ganz grobe skizze mit einem 5 6er bleistift und ihr sieht einfach wie wenn man das einmal so ein bisschen beherrscht das figurliche zeichnen wie schnell mal fantastische skizzen erzeugen kann und das machen wir jetzt hier ganz leicht hier der bereich und das bein also das heißt ganz leicht an skizziert die details ausgearbeitet hier braucht noch ein bisschen betont natürlich ist einmal die dass die proportionen an betrifft das ist mit das wichtigste wenn man das einmal richtig sieht dann lässt sich das sehr sehr einfach auf skizzieren und hier kommen auch noch die arme dazu und das schöne an so einem groben bleistift ist dass man eben auch keine details unbedingt zeichnen muss das verzeiht wenn man die auch man nicht sieht die lassen sich dann sehr sehr gut vertuschen aber das wesentliche muss einfach stimmen die proportionen und das ist etwas was wir was ihr bei uns im kurs lernen könnt vor ort oder auch online das war die super schnelle skizze hier noch mal das fertige ergebnis und mehr dazu unter online kurse punkt akademiehoh.de oder auch auf unseren seiten akademiehoh.de und mappenvorbereitungskurs.de für alle die sich für einen kreativen studiengang interessieren das war's und alles gute bis dahin euer akademiehoh-team das war's und alles gute Vielen Dank.